So, hier sind die Noten. Sag mal, ist die Tür bei dir da offen? Ja. Warum das denn? Ich hab mal den Stop-and-Swap-Code verwendet. Also, geh mal rein. Wäre voll geil, das mal zu sehen. Ja, ich hab das Ei aber eingesammelt da drin. Das wollte ich eigentlich als extra machen. Chillig, ja, auf jeden Fall. Ich war eigentlich nur mit so einem Banjo-Kazooie-Hack-Editor drin. Das Ei ist schon weg. Das war viel zu faul für die Codes immer. Ja, das haben die ja jetzt eingebaut bei... Äh, X-Bla. Wo ist jetzt die leere Honigwabe? Ich muss dir nochmal... Achso, der spuckt die aus, gell? Dann hab ich gar nicht mehr gedacht. Jetzt reißt es mir, ich verlasse die Wüste und suche mir ein ruhiges, schattiges Plätzchen. Ja, ja. Und dann beim nächsten Mal sagt er doch, ich gehe in die Lava-Welt, gell? Ja, der meinte eigentlich... Mount... Fire... Keine Ahnung. Fire-Eis. Genau. Aber daraus ist Hellfire Peaks geworden. Das ist eins... Das finde ich ist ein geiles Level. Ja, auf jeden Fall, Mann. Die Musik da kann... Feier ich auch immer so hart. Dieses... Ja, geht mal raus, ne. Macht mal Rollo hoch. Es gibt auch eine Relief da draußen. Guck mal erst mal, ob du alles hast. Ich hab alles. Guck. Chilisch. Chilisch. Meister. Meister. Ey, wie bei der letzten... Wie bei der letzten Badge-A-Kesühe-Folge. Boah, ich muss so rülpsen, ey. Ja. Beim Schneemann da. Ja, da war ich schon drei Stunden am Stück am Aufleben. Und ich hab zwischendurch kurz was getrunken, ja. Ja, das wollte dann halt wieder raus. Ja, die machen das so immer. Ja, du kannst hier noch das Jiggy, oh ey. Ja, oh. Ist das hier? Genau. Muss es mit der Schwungklasse machen. Ich weiß, ich weiß. Ich wollte erst mal nur checken, aber die Kamera ist nicht mitgegangen. Na los, komm her. Komm mal bei mich bei. Wo war nochmal... Das Notenbild von Mad Monster... Ach, das war in der Nähe von Rusty Bucket Bay. Genau, ja. Ich hab also überlegt, mir ist nicht mehr eingefallen neulich, wo das Notenbild ist von dem Level. Ich muss doch erst mal hier irgendwo hoch. Warte mal. Da rechts. Ah, da. Ich bin aufgang gesucht, ey. Eigentlich kenn ich das Spiel ziemlich gut, ja. Aber manchmal gibt es so ein paar Sachen, da... Ne, da denke ich so... Ich aktiviere mal gerade hier oben noch diesen Ding-Pot-Wannabe. Nein! Nein! Der ist doch unten, der Ding-Pot-Wannabe. Den hab ich schon. Jetzt oben noch einer. Den hab ich ja gar nicht mehr in Erinnerung. Doch, doch. Ich hab die deaktiviert. So, ich hab die nie benutzt, außer den von Grunty Slayer am Anfang, da wo das Trashire Trove-Kurve-Bild ist, wo du da runterrennst. Ja, genau. Den, den, den verwende ich auch immer. Ah, ne, den meinte ich gar nicht. Den meinte ich gar nicht. Ich meinte den bei Clankers Kevin. Und dann kannst du direkt zu... Alter, hast du den Glitch eben gesehen? Ich komm nicht runter. Ich verwende meistens den, der mich direkt vor... Ah, wie haste's nochmal. Ähm, Klick-Klack wurde absetzt. Genau, das ist der bei Clankers Kevin. Genau. Ich find, der ist der sinnvollste. Ja. Aber Jamjas Luke-Ner hab ich häufiger verwendet. Den tu ich. Ja, ja. Weil, ja, weil, aber auch die Oberworld, da ist ja eigentlich alles sehr größer in dem Spiel. Ja. Aber da kommen wir dann noch mal Zeit hin. Hier ist doch so ne Mine oder so ein Fisch, gell? Ja, ne Mine und demnächst noch einen Fisch. Ich hasse diesen Fisch, ey. Ich hab da immer voll Panik vor dem. Weil der one-hitted einen. Ja? Echt? Ja. Ich hab den noch nie erwischt. Der hat mich einmal erwischt. Kass, ja. Äh, du kennst doch... Ähm, muss ich hier noch einen? In Piranha-Fisch. Ne, du musst es weiter gerade aus. Und da waren Bumbos Schädel so. Ich weiß, aber brauch ich nicht. Ich hab genug, glaub ich. Oder? Wie viel hab ich? Ich hab 18. Ach, scheiße. Nächsten brauchst du jetzt in... Nettmonstermank. Ja. 25 will er, glaub ich, haben, ne? Äh, nicht 20. Boah, das weiß ich gerade nicht. Ich google mal. Warte, nein, nein, nein. Das können wir auch... Das kriegen wir auswendig hin. Erst Level 5. Dann Bubble Clubs 1 10. Dann... 15. Das ist meine dritte Verwandlung. Ne, ne, Pre-CDP-Kass noch eine Wahl rausgemacht. Das wär dann deine vierte. Stimmt. Warte mal. Ja! Das sind aber 20 Sprache. Weil, äh... Sicher, dass die immer um 5 hochgeht? Ja. Okay. Mumbus Mountain 5, Bubble Clubs 1 10, ähm, Freeze Easy Peak 15 und jetzt 20. Okay. Hallo. Hallo? Muss nochmal, genau. Ja. Los, ey, setzt du alle ein? Sag mal, willst du mich verarschen? Also, geht doch. Das ist auch so ein Geist. Oh, ich weiß aber, wie ich das als Kind gespielt hab. Ich hab mich immer so erschrocken, wenn die Grabsteine hochgesprungen sind. Ja. Wo ist dieser blöde Fisch? Ich hab so Paranoia, seit der mich einmal gefressen hat. Der ist wie der Piranha aus Mario, ey. Der one-hitted dich. Aber weißt du was? Ich versuch jetzt einfach im nächsten Raum, ob ich an den Mumbo-Schäden noch ankomme. Wo ist der Ausgang? Und? Da. Das ist von dem, von den Texturen her ist das manchmal so schwer zu erkennen. Unter Wasser, ja. Wie sie so dunkel-rot kombinieren. Das fand ich aber, im Grunde finde ich, da finde ich das Atlantis-Level so scheiße in, äh, TUI. Boah, das finde ich voll geil. Wieso, wieso findest du eigentlich diese unbeliebten Level alle so geil? Was geht bei dir? Was stimmt bei dir nicht? Keine Ahnung. Scheiße, der Fisch ist unten. Alter, nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Verpiss dich, mich. Verpiss dich. Alter, der, der Fisch ist noch kurzsichtiger als Bottles. Hahaha. Oder? Stimmt, aber der, der Piranha-Fisch mit der Sonnenbrille in Mario 64 ist gefährlicher. Ja. Der erwischt mich auch. Ich bin ja jetzt gerade beim englischen Let's Play. Ja. Also noch nicht mit dem Hochladen, aber mit dem Aufnehmen. Da bin ich momentan auch am vervollständigen, ähm, beim Aufnehmen schon. Noch nicht beim Hochladen von Let's Plays. Ich habe jetzt auch. Da habe ich auch so viele Projekte. Da habe ich Hitman, Absolution, Mario 64. Warum geht die Kamera nicht mit? Da habe ich King of the Fire, Heroes und noch ein paar andere Sachen. Heroes, welches? King of the Fire, Heroes habe ich gesagt. Ach so. Ich dachte, King of the Might and Magic. Nein, nein, nein. Das würde ich gerne auch mal irgendwann als Banden. Vielleicht Teil 5 oder, weil 6, den fand ich nicht so, naja. Ich wollte mir den noch holen, aber ich habe mich noch nicht informiert, wie der so ist. Er geht, er geht, er geht. Ich habe ihn beim Sale bekommen, deswegen habe ich ihn nur genommen. Bei Humble Bundle? Nein, beim, beim Summer Sale. Ach so. Da war der gerade auf 12 herabgesetzt. Da dachte ich mir, okay, für das Geld rentiert sie es. Ja, das, da hätte ich auch mal zu schlagen sollen. Ja, ich hatte zugeschlagen. Ja, aber ein Freund von mir, gell? Der hat beim Summer Sale, ey, jeden Tag hat er sich 5 Spiele gekauft. Ey, das gibt es gar nicht. Alter, der ist so kaputt. Warte mal. Ach, das mache ich jetzt noch nicht. Das kannst du erst als Kürbis machen. Ja, aber ich muss den Weg doch freimachen, oder? Nee, das war bei Prezi the Peak, nur bei dem Builder. So, das verwechsel ich immer. Ich hier links muss noch das Tor aufmachen, ich vergesse, das ist wichtig. Ja. Und jetzt kommt wieder Grundhiller mit ihrem... Mit ihrem Rhymebook. Ahaha! Ahaha! Und dann, und dann, und dann in, in, ähm... Tui, ihre Schwestern, kannst du mal aufhören, ihn reinzusprechen, sie nerven. Ok dann gleich so abgewimmelt Nee, kommt nur als Kürbis rein, genau Ja, ich hab gedacht, ich muss erst mal aufmachen Diese Grunts sind nice Ja, die aus Amnesia, ne? Ja, ich hab in das Spiel auch zugelegt, ne? Aber ich hab das noch nicht angefangen zu spielen Weil wenn ich das mal spielen mache, das ist auch als Blindersplay Ich hab mir jetzt das Amnesia 2 vorbestellt Machine for the Pigs, oder wie du das heißt, gell? Genau, und das werde ich auch direkt machen Direkt im Release ey! Ohlolololol! Abonniert nicht LOLL! Das ist aber gar nicht mehr im Trend Am Release zu Let's Play Vor Release ist der Trend wenn man die Spiele vorher schon geschickt bekommt Das ist der neue Trend Da gibt es einen ähm Ich nenn dir mal später den Namen von dem Ach ne ich hab keine Lust jetzt aufs Labyrinth Wir gehen jetzt erstmal andersrum Der hat, der Spiele meistens schon so 6 Tage vor Release, gell? Und bis der Released draußen ist, hat der schon 30 bis 50 Parts davon hochgeladen. Wow, das geht. Ja. Oder der lädt sich das einfach vor Release runter, bei irgendwelchen Zeiten. Ja, die Vermutung, die steht auch im Raum. Ja, also wir sind, jetzt mal kurz was zum Spiel zu sagen, in Mad Monster Mansion. Ja, genau. Ja, kannst du auch erst leider mit dem Kürbis. Oder mit Kazooie-Eiern, aber die haben wir noch nicht. Ja, stimmt. Aus Tui, gell? Genau. Ja, das ist ein sehr geiles Level hier. Wollte ich auch mal nochmal loswerden. Hier gibt es auch schöne Minispiele. Ja, dieses Oja-Board. Wenn du Kazooie hinschreiben musst. Ja, ich finde das aber mit dem Mods-Hand cool. Ja, genau, das ist auch geil. Wo du eigentlich die Mad Monster-Theme nachspielst. Ja. Guck mal, da kann einer pokern wieder. Ich kann pokern. Gibt es den Backs-Fans eigentlich noch? Der wollte doch mal ein Comeback machen oder so, dachte ich. Hat er mal gemacht, aber dann kamen nur noch so paar Videos. Aha. Und dann wieder gar nichts mehr, also er wurde rückfällig. Er wurde rückfällig. Wie das klingt. Er ist mit Walter White Meth kochen gegangen. Er wollte rückfällig. Apropos Comeback, gab es nicht auch eins von Comapunkt oder so was? Ja, ja, aber den muss ich mal wieder anschreiben, dass er mal wieder was hochladen soll. Ja, ich habe den nämlich auch abonniert, seinen neuen Kanal. Das ist so lustig, ey. Ich habe kein Yoshi mehr, da kriege ich mir gleich die Pimpern in. Das war so geil. Dieser Teaser dazu. Gäh? 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 Da war noch eine Note so hinten liegen. Ich weiß, die hole ich gleich. Achso, dann komme ich ja ins Haus rein, gell, wenn ich jetzt reingehe. Richtig. Richtig. Wettbewerb. So. Dann geht es auch wieder so viel zu... Ah, da unten ist es... Oh, ich habe da unten... Oh, Mann, ey. Wir derpen hier zusammen. Gib es nicht. Derp, derp, herp. Derp, 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 derp. Und da hast du auch was hier gelten. Nanananana. Nanananana. Batman. Ey, das ist auch geil. Weißt du, ich glaube, es war auf Dänisch. Was... Achso. Achso, und falls ihr hier jetzt eine andere Melodie hört, hier war auch ein Geheimnis. Aber da kommen wir in den Specials noch zu. Verzähl die Skelett. Voll billig, das Geheimnis hier. Ja. Hätten die lieber in der Toilette machen müssen. Ja, war es ja auch. Nee, ich meine, das Stopp'n'Swap, das war... Das Ei war ja... Achso. Da lag wohl der Schüssel, ja, ja. Da hat einer ein Ei in die Schüssel gelegt. Schüssel gesprengt, Alter. Obama hat den Weg ins Weiße Haus gezeigt. O've Basil Alter, Alter bisch du riesig Ach derrunning oder weg So, bei der Aufgabe gilt es leise zu sein und das sollte man vermeiden Ignoriert da was da steht, eigentlich steht da, hm, aufgewacht, schon 4 Uhr, seit dem Köpfchen Minzer. Ne, wie war das, äh, ich wünsche allen Arbeitgebern, äh, ich wünsche allen Arbeitgebern einen schönen Feierabend und allen Studenten einen guten Morgen. Ja. Was machst du jetzt, du fängst die Lehre an, oder was? Ne, ich mach ein FSJ, damit ich, äh, einen Studienplatz kriegen kann oder eine Ausbildung halt. FSJ heißt Fachabi oder was? Ne, ich hab schon mein Abitur und FSJ ist ein freies soziales Jahr, es zählt als Praktikum, aber ich krieg trotzdem Geld und ist ziemlich angesehen in Betrieben, wenn man sowas absolviert hat. Ach so, er ist jung und braucht das Geld. Ja, er ist EKO. Alter, ey, gibt's gar nicht. Da läufst du auch so rum wie dieser, dieser Gangster, der gerade in EC-Hischels, ähm, äh, Skype-Avatar, ey. Ja, meins, meins, oder was? Nein, nein, EC-Hischels Skype-Avatar. Ach so. Ey, ohne Mist, ich hätt bis dahin nicht gedacht, ich hätt den EC-Hischel nicht als Rap-Hörer eingestuft, gell? Ah, ich schon. Du schon, ja? Der so, hat der so aus, so einen Ghetto-Laster im... Ah, nur Old-School-Hip-Hop, so. Genau, da hat er immer so einen Ghetto-Plaster noch, der EZ, ne? Läuft mit den wischigen Straßen. Durch seine Hood. Ja, durch seine Hood! Und dann singt er auch so, I'm soooood! Der Ätze rappt ja selber über Sweet-Raufen. Was? Der Ätze rappt ja selber immer auf seiner Straße über Sweet-Raufen. Die Grove-Street. Warte, komm ich da nicht auch durch einen normalen Sprung hin? Ja. Jetzt muss ich aber goldene Federn verwenden, oder? Nee, einfach reinlaufen. Ach so. Wüsste gar nicht mehr, dass es geht. Weißt du, welches Bild ich voll gruselig finde, was hier hängt? In diesem Stock weg? Genau, hier gibt's so ein Bild von Minghella, ist es, glaube ich, aber es sieht voll abgefuckt aus. Diese Schwester da. Der Besen. Mumbo. Klungo. Grundhilda. Ding-Pot. Das da? Nee. Wo ist denn das Bild? Hier hängt nichts. Da war so ein krasses Bild. Ich sag's dir. Das da. Das ist nicht Grundhilda. Du stehst genau davor. Das ist Mumbo. Das ist Mumbo? Ja! Alter, der sieht voll heftig aus. Das ist Mumbo. Ist hier nicht hier irgendwo... Ein Extraleben. Ach, nur ein Extraleben. Ich dachte, eine Honigwabe. Ach nee, die letzte Honigwabe, die komm ich doch nur als Kürbis ran. Eigentlich kommen beide nur als Kürbis ran, gell? Ähm. Ich bin gerade am überlegen, wo war denn... Also eine war auf jeden Fall, ähm... Ach, wo war die denn? Ich weiß gerade gar nicht, wo die waren, Alter. Ist egal. Ist egal. It's okay. It's alright. It happens. Right? Eine war... Genau, eine war unter den Dielen. Und eine war, glaube ich, bei der Aufgabe, wo ich als Kürbis durch die Toilette muss. Nee, der war ein Jiggy nur, leider. Ach, egal. Ist ja wirklich Leute, die kennen Banjo-Kazooie immer noch nicht, gell? Ja, weil die... Ups. Wer kennt mich? Äh, auch ein Zuschauer von mir hat auch unter den ersten Part gepostet. Ich kenne zwar Banjo-Kazooie nicht, aber ich werde es mir mal anschauen. Das sind sowieso die Besten immer. Na, ich werde jetzt niemanden beleidigen, aber... Das Spiel ist episch, Alter. Das muss man sich mal eben haben. Ich halte dafür, ne? Genau. Ah, jetzt kommt jetzt diese Stelle, wo ich zu schnell sein muss. Nee, du musst erst, äh, das Tor aufbrechen. Und das bringt dir jetzt nichts, wenn du das machst. Ich sprach eigentlich von diesem. Ja, aber du musst das Tor trotzdem aufbrechen davor. Ach, scheiße, stimmt hier. Ich hab schon wieder alles vergessen hier, das gibt's gar nicht. So ein Banjo-Kazooie-Nerd, Alter. Ja. Hier waren noch Noten hinter, genau. Ja, ich weiß. Alter, wie dieser, ähm, äh, Blumenkübel immer sagen, Fuck you. Ja. Das wäre richtig. Das hab ich auch mal verstanden. Jetzt machen wir erstmal hier draußen eine Aufgabe. So, das können wir auch mal aufspringen. So. Labyrinth machen wir noch. Aber ich hab jetzt kein Lärm. Ich sitze gerade so auf dem Scheißhaus. Weißt du, was ich schade finde? Hier gibt's ja ein Fenster, wo man reinspringen kann. Ähm, aber da haben die eigentlich nichts Relevantes versteckt. Ich glaub, da waren nur Federn drin, das find ich echt schade. Ja. Hahaha. Das gibt's überhaupt nicht, die sind alle immer zurückgesprungen. Äh, komm, komm, komm. Ich mach... Gott. Ey! Bärenschelle. Ja, ich geb dir die Bärenschelle. Ey, ich schiebe dir voll auf die 12, ne? Das ist auch so geil, ähm... In Saints Row 4 fällt mir gerade ein, wegen der Schelle, ne? Ja. Deine erste... Deine erste Aufgabe als Präsident von Amerika. Also ich weiß nicht, ob du das Spiel kennst. Du wirst... Ja, doch. Bisschen. Ja, am Anfang wirst du ja Präsident, ne? Die erste Aufgabe, so ein Typ... Ey, was soll das? ...mit dem du nicht konform gehst von der Politik... Ich will die Kamera drehen. Hör mal auf, die Goldenfeder zu machen. Stell dich einfach genau davor und puf rein, Alter. Habe ich ja versucht, aber das ist immer zurückgesprungen. Die erste Aufgabe bei dem einen Typen. Entweder du verpasst ihm eine auf die 12 oder du kickst ihm in die Eier erstmal. Das war auch so geil, ähm... Die Auswahlmöglichkeiten. Reines Bauchgefühl oder die 5 auf die 12. Äh, 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 äh... Ich bin doch kaputte. Wo ist der letzte? Da. In front of the church. Weißt du, dass, ähm... Rareware, also die alte Company, sag ich mal, äh, hatte ihren Sitz ja in Twycross. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist. Das ist eine Stadt in England. Ja, ich weiß, dass es in England war. Und diese Kirche hier ist genau die Nachbildung von der Kirche in Twycross. Okay, das wusste ich nicht. Hey! Ich wollte eigentlich in den Huckepacklauf gehen. Geht doch. Ich sammle gerade mal hier noch die Sachen an, die hier oben... Da ist ja auch noch eine Aufgabe, gell? Ähm, wo? Was meinst du jetzt? Oder nicht? Irgendwas kann man doch hier noch machen, außerhalb oben auf dem... Ja, du kannst hier oben drauf noch auf den Turm gehen, wenn du jetzt hier hoch springst. Das meine ich ja. Ah, ich glaube, das war ein Fehler. Du kannst da so drauf springen, genau. Ja, und dann? Ich kann bocken. Ich kann bocken. So, was war hier oben? Genjiggy with it. Na, 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 na. Hab ich dir jetzt einen Omo verpasst, ja? Nee, aber... Goa! Das hat der Cypher in 48, falls du den kennst, immer gemacht. Ja. Oder Genjiggy with it. Mach dir eigentlich noch was, weil ich hab dir nicht mehr so verfolgt. Äh, ja, ab und zu. Also, ab und zu kommt noch Donkey Kong 64. Der hat mal Resident Evil... Ist der immer noch bei Donkey Kong und Razzy? Ja. War der schon vor zwei Jahren? Nee, Resident Evil 6 macht der, wollte ich sagen. Ach so. Aber 5 war richtig geil. Das war das geilste Let's Play mit Banjo-Tooie. Also, der hat die zwei geilsten Let's Plays meiner Meinung nach gemacht. Ey, das Banjo-Tooie-Let's Play, das war so ewig, ey. Das hab ich schon gesehen. Ja, ich auch. Ich fand das schon beim Intro so geil. Real man, ey, glass. Ja. Also, would you say now, fuckhead. Would you say now, headfuck. Das ist der Raum, den du meintest, wo nur Eier sind oder sowas. Nee, eigentlich bei der Kirche kann man in ein Fenster rein. Ach so. So, aber jetzt kümmern wir uns darum, dass wir die Kirche auch hineinkommen. Ja. Oder machen wir erstmal das hier. Das können wir auch machen. Ja, unten, ganz unten war noch ein Mumbus-Schädel. Ähm... Da kann ich nicht mehr noch holen. Wie kommt man nochmal da hoch? Da ist doch irgendwo eine Sprungkarte. Sprungkarte, ja, genau, hinterm Haus. Ey! Ich vergesse immer, dass ich in den Huckepack aufgehen muss. Hier sind sogar zwei Mumbus-Schädel auf einem Fleck. Einmal hier oben drauf. Und einmal da, wo das Skelett-Gard war, ganz unten. Hä? Wo? Hier. Ah ja, ich muss ja schon wieder sammeln für die Verwandlung hier danach. Genau. Wobei, in Klick-Klack-Botei, da ist ja irgendwie alle zwei Schritte in euer Mumbus-Schädel versteckt. Da gibt es insgesamt 25 Stück. Das ist voll heftig. Ja. Ich sammle erstmal die Noten ein, dann spielen wir hier eine Runde. Ich weiß gerade, muss ich denn vorwärts oder rückwärts geschrieben schreiben? Ne, normal. Ach, er ist bei Grundhilders, äh, Finale. Genau. Ähm, kennst du den Kanal Thumbs Up Master? Ne. Ähm, der beschäftigt sich halt mit Rareware-Sachen. Und auch ganz viel Benjo... Ach, das ist kein... ach, das ist ein Z. Ich dachte, das soll ein N sein. Ja, auch ganz viel mit Benjo, Kazooie und Tui. Dann hat er so ein... so zwei Videos gemacht. Äh, Part 1 und Part 2. Benjo-Kazooie-Slasht-Tui-Rated-E-Frage-Zeichen. Da hat er so voll viele Sachen gezeigt, warum Benjo-Kazooie eigentlich nicht Rareware-Spie sein sollte. Einen Grund war auch hier, dass dieses Game, weil das ja eigentlich ein Oja-Board ist, was ja eigentlich was Satanisches ist. Mhm. Das lassen die kleine Kinder machen. Ich weiß. Ja, Rare hat Sachen geschickt eingebaut und dann haben sie sich ausgetobt mit Conker's Bed-30. Ja. Ich will immer noch, das Beste ist ja hier, äh, äh, The Almighty Pooh, gell? Ja, ja. I am the great mighty Pooh, and I'm my shit at you. My supply of fish comes from my chocolate starfish. How about some sketchy little swat? Scheiße! Scheiße! Ich fahle den Video-Spiel!